E-Mobilität ist unkompliziert, macht Spaß und schafft einen nachhaltigen Eindruck. Daher sind unsere Hahn e-Heroes auf Mission E-Mobilität und bringen Licht ins Dunkel. Unsere Hahn e-Heroes auf Mission E-Money. E-Autos sind zwar in ihrer Anschaffung teurer als Verbrennermotoren. Auf den zweiten Blick sind sie jedoch durchaus kosteneffizient. Ihr habt beispielsweise genug von horrenden Parkgebühren in der Innenstadt? Elektroautos, auf deren Nummernschild ein E hinter den Ziffern steht, parken in Stuttgart und weiteren Städten Deutschlands schon heute kostenlos. Außerdem gibt es beim Neukauf eines Volkswagens E-Modell bis zu 4000 Euro Umweltprämie. Für ein GTE-Modell, Plug-in-Hybrid, sind es 3000 Euro, je zur Hälfte vom Land und von Volkswagen. In vielen Städten gibt es zudem öffentliche Ladestellen der jeweiligen lokalen Versorger mit kostenfreiem Ökostrom. Lässt man sein neues E-Auto bis zum 31.12.2020 zu, spart man sich um drei in zehn Jahre lang die Steuern. Und was ist, wenn doch mal eine längere Strecke zurückgelegt werden soll? Die clevere Antwort von Volkswagen lautet Ergänzungsmobilität. Denn in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf eines Volkswagen-Elektroautos erhält man auf Wunsch bis zu jeweils 30 Tage im Jahr ein Fahrzeug mit konventionellem Antrieb. Bei Fragen rund um E-Mobilität ist TAN Automobile dein Ansprechpartner und E-Spezialist in der Region Stuttgart. Bei Fragen rund um E-Mobilität ist TAN Automobile dein Ansprechpartner und E-Mobilität in der Region Stuttgart.